Seid ihr bereit für die Qualifikation, Essen? Hört genau zu, ihr entscheidet, nicht, dass nachher Beschwerden kommen. DJ Pete, let's go! Uuhuhuhu, zeig mal was! Ey, guck ich zerreiße ihn wie mein Paper. Guck mal, im Gegensatz zu mir sind das alles Gays, bruh. Ich geb ihm Bein, ist genauso wie Neymar. Ich schau mich um und sehe keine Hater. Weißt du was, ich meine Brigatte wird fein, ja. Guck mal, wer sind die? Er sieht aus wie ne Mischung aus Eminem und Gwen Stefani. Ey, bei dem Locker, ich kenn seine Mami. Und hier, ich kenn seinen Party. Drei, vier Jungs, irgendeine Party. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ihr wisst, dass die rasiert sind. Weißt du, was ich meine? Sci-Fi ist gesetzt. Ich komm rein und das Blei hat ihn zerfetzt. Change! Ich bin... Ja, habt ihr Bock essen oder was? Mal Lärm, yeah. Yeah. Bin ich Donald Trump, doch ich bin ein Pussy Grapper. Fick die ganzen Fotze in den Putsch-Schwetter. Yeah. Was willst du machen? Halt deine Fresse, Mann, ich werd dich einfach klatschen. Guckt euch an, Mann, macht kein Palawa. 13 Gegner, ich komm mit 300 Spartanern. Ja. Junge, alles gekillt. Du bist das Fürstin und du wirst gegrillt, Putze. Guckt dich, Mann, du siehst aus wie ein Mathelehrer. Ey, und auf Bläs, du bist kein Gaka-Gegner. Yeah. Mann, was willst du machen? Ja, ja, was willst du machen? Change! Okay, yeah. Essen, was geht ab? Habt ihr Bock oder was? Yeah. Yeah. Ah. Okay, okay. Hör mal zu. Ey. Hey. Junge, du hast nichts drauf. Du warst für den Klimawandel und löst dich in Luft auf. Mann, was sind das hier für Spassen? Jeder von ihnen würde gerne rappen. Das ist hier keine Phase. Aber bin ich in dem Klimawandel oder was soll das sein? Ich bin der beste Rapper, mein Name jetzt Murat Klein. Ich zeig euch, wie es geht. Und weil ich das jetzt mache, ich komme nicht von der Straße. Doch ist das die Quali oder die Gladbäcker Straße? Mann, was soll das alles werden? Diese Fotzen werden sterben. Change! Ja. Ja, 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 ja. Die fehlt es am Talent. Die fehlt es am Charisma. Und beim Fingern deiner Chaya suchst du nach dem Kitzler. Ey. Was sind das hier für Opfer? Du bist kein Rapper. Du bist Meister proper. Gehen wir weiter. Picken wir den Nächsten. Ja, okay. Ich bin wie Ghostbusters, weil ich Parasiten reinige. Du fickst nicht meine Mutter. Du fickst lieber deine eigene. Okay. Ja. Hör gut zu. Change! Change! Da ist mein Crusade. Change! 30 Sekunden. 30 Sekunden, um den Spaß zu ficken und euch zu überzeugen. Kann am krassesten spitzen von diesen ganzen Leuten. Werd die ganzen Fotzen runter von der Bühne scheuchen. Werd die Meuschel noch für meine Zeit hier nicht verbeugen. Ich rede lieber mit dem Zeugen, statt mit diesen Opfern. Mutter fickt her dummen Gelaber, habt darum kein Bock, Mann. Fickt euch, ihr in der kleine Bitch-Toy, bei der nix läuft. Nur Blut, ich vernicht euch. Die Hurensöhne pissen mir ans Bein. Ich steif sie in den Rachen, schlag auf sie ein. Change! Die Hurensöhne pissen für dich geil. Hey, 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 hey. Ich komm rein und ich nimm euch eure Ehre. 300 Fasana gegen 70 Libanäsen. Du bist in Essen. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was du machst. Ja, ich klatsch dich im Spaß. Kommt wir zu dir? Du kleiner Fake-Tiano. Ich flicke dich am Abend, denn du bist so Pussy. Hattest dich gereinnt, Bruder, aber scheiß drauf. Guck mal, ich hab einen Lauf, Bruder, Jella, scheiß drauf. Chill in Essen mit meinen Brüdern in Eisendorf. Jeder kennt uns von Waiter, macht euch gar nix vor. Ich komm aus Essen, ihr Spaß, ich werde dir hier begraben. Das ist meine Heimat, Digga, Jella, geht mal schlafen. Change, nächste MC. Ja, hey, yo, Rostbach, mach mal nix auf, Chef, yo. Bisschen mehr Rapskills, weniger Zesto. Ja, und was bist du? Ja, okay, pass auf, pass auf. Ja, was geht ab, Mann? Ich werde gleich die Haare stutzen, aber vorher kommst du mit mir mit, meine Wohnung putzen. Ja, und was bist du, du Lauch? Scheiß drauf, du siehst komisch aus. Und zu mir sagt er, überspring mich doch. Das ist ein Battle, Digga, also komm, ich kill dich. Scheiß, ey, was willst du mir erzählen? Was geht ab, Alter, geh jetzt mal fehlen. Change, und ich hab dich grad gewagt. Der kam nicht aus der Mamas Muschi, sondern aus dem Arsch. Das ist nämlich, aber wollte nämlich gar keinen Spaß. Ey, Digga, das ist Sparta, du kleiner Bastard. Digga, was ist nämlich einfach nur noch das da? Ich verkaufe deine Mama, es wäre sie ne Karpah. Und am besten ist es nämlich geil. Scheiß da drauf, Digga, du bist Nazi, der Sieg heilt. Lass die Finger nämlich davon. Du hast ne hässliche Fizza, so wie Hitler schon. Also, was ist nämlich los mit deinem Scheiß? Ey, wer war das nur noch grad, ey? Aber noch nein. Change! Jetzt kommt APO und jetzt wird hochgefahren. Essen habt ihr Bock, dann hieb mal den Arm. Was ist los? Du bist ne Leiche. Dein Kopf sieht so aus wie meine Eichel. Was ist los? Ich rinke deine Mutters... Ja, ah, ja. Bruder, was ist los? Ich bin einfach so sick. Es sieht so aus, hätte fünf deine Mutter gepickt. Bruder, was ist los? Nur ein noch, ein noch, komm, komm. Ah, ah. Ich fickel deine Mutter, sie lutscht gerade mein Ei. Dein Vater kommt rein und hilft mir dabei. Change! Ja, ja, ja. Ich bin der King im Biss und der Fetzer chillt so oft im Burger King im Biss. Ah, siehst du jeden in der Weststadthalle, die werden später deine Schwester knallen. Ah, ich bring einfach ein super Part und deine fette Mutter kann man betrachten im Kruger Park. Ah, pass auf wie ich die Parts rappe, so sieht Kianos aus, wenn er es nicht geschafft hätte. Ah, ich bring die tightesten Texte, ich werd dich jetzt leider zerfetzen, denn ich mach jetzt einfach weiter beim Rappen. Type, bitch, weiter gerappt, ey. Nächster MC. Yo, 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 ey, 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 dicker, was geht ab? Ich bin von Grund auf Sieger, darf ich mir vorstellen, es ist Freezy aus der Battle-Rap Bundesliga. Ey, was geht ab? Yo, 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 dicker, ich würd wenn, ja, fuck it, fuck it. Yo, yo, ich würde lügen, wenn ich sage, du wärst ein Dope-MC. Um dich zu ficken, brauch ich nur ein Wort, Rolling Tee, ey, das war Konter. Dicker, was geht ab? Noch ein Bruder, ein Change. Ja, ah. Du willst eine Mutter finden, Pisser, Mann, ich mach's dir vor. In seiner Mutter war mehr Knacken drin, als in Altendorf, wa. Ich geh mit deiner Mutter Pommes rot-weiß essen, denn die weiße Schlöche ein, so wie rot-weiß essen. Keiner dieser deutschen Rapper hat so eine Power. In seiner Mutter mehr allmals als in Tilze Towers. Komme wieder rein, kacke einem Putt, gib dir einen Kick und danach einen Punch, ewa. Ich wicke eine Kellnerin, labert mir mal nicht irgendwas, von Respekt vor Älteren, Aces-Kraft-Recept. Besser, merkt euch diese Namen, was für Liebe, ich verarsche diese Diebe mit ner Mache. Shake! Yo, 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 yo. Ah, ah. Alle kommen aus Frechen und Essen, frag mich, warum jeder Zahlen nennt. Da bin ich als Hirsen112, weil ihr gleich die Hütte brennt. Nehmt die Scheißhände hoch, ich mach nen Stage-Dive. Ich scheiß auf den ganzen Fake-Scheiß. Alter, du bist ja irgendwie hässlich. Du hast ne Speckschicht. Du bist ja, tu uns allen gefallen. Nimm dir ne Bratwurst und setz dich. Ah, ja, Alter, was soll der Scheiß? Ich bin jetzt hier am Start und ich bin sehr nice. Ich glaube, ihr seht, was ich bringe. Ich werde jetzt hier mein Ding rausholen und schwingen. Bis zum Ende. Ja, ich bin ne Legende. Vorbei! Einmal Applaus für alle, die sich in die Quali getraut haben. Ich sammel mal die Mikrofone ein. So. Liebes Publikum. Ich hoffe, ihr habt zugehört. Guckt euch die MCs nochmal an. Von diesen jungen Herren. Kommen drei weiter. Und ihr entscheidet das, okay? Ihr. Mit Lärm. Hier ging's los. Ich zeig auf die jeweiligen MCs. Und ihr macht Lärm oder nicht? Digga, es geht um dich gerade. Und ihr macht Lärm oder nicht? So einen kleinen Schritt. Ich guck jetzt mal, Abstimmung ist auf jeden Fall noch zwischen dir, 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 dir und euch beiden. Kommt ihr mal nach vorne, bitte. Ja, zwischen euch ist die Endabstimmung. Alle anderen schon mal danke. Genau, stellt euch mal da auf diese Linie hier, bitte. Genau, alle auf die Linie. Nee, nicht nochmal rappen. Wenn du weiterkommst, dann musst du eh noch genug rappen heute Abend. Also, wir haben jetzt hier sechs MCs. Die Hälfte kommt weiter. Schnelle Abstimmung. Ja, das war die Fälle. Das war die Fälle. Danke. Wer meinst du? Ja, aber wir brauchen ja drei. Er ist weiter, ne? Okay, wir hören doch mal, wir hören einfach mal ganz kurz hin. Wir hören, ne, das ist Lautstärke, Decker. Bitte, jeder von euch entscheidet sich jetzt nur für einen MC und schreit nur bei einem, ja? Jeder. Keine Stimmung halten, okay? Jeder entscheidet sich für einen und schreit bei dem. Pssst. 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 Bei den beiden war es am lautesten, definitiv, er da. Das war bei denen am lautesten. Also, willkommen heute im Bett, die Jungs, kommt mal, alle drei, komm du auch noch mal nach vorne. Nennt bitte noch mal euren Namen, damit die Leute Bescheid wissen. Mr. Ganser und Rosbach. Brigante 831, 476. Zirzen, ohne Zahl. Okay, geht bitte noch mal zu lieben Magda, notiert den Namen, dass ihr im Battle dabei seid. Vielen Dank.